Die Entwicklung der Salzburger ist grundsätzlich großartig. Ich glaube, er ist jetzt schon lange verfolgt, ich weiß nicht wie lange, aber bestimmt schon zehn, elf, zwölf Jahre, dass es in die richtige Richtung geht. Stark beeinflusst von Waldbarn mit der Sicherheit. Letztes Jahr war es so ein besonderes Interessante. Marco Rosen mal D-Biker, Spieler, der mit ganz prägendem Figur war, ich glaube, die die Vertragsbildung haben. Dadurch haben wir eine große Affinität und eine ganze Geschichte entwickelt. Wir sind immer noch ambitious, wie Chris. Wir gehen für alles, wir gehen für unsere Leben. Das ist das, was wir haben. Wir müssen spielen in Fútbol. Es ist nicht, dass wir hier kommen, wir müssen uns dominieren. Wir kämpfen in jeder Herausforderung. Wir spielen in Fútbol. Wir clausesen in Fútbol. Wir haben viele verschiedene die那么 Plaatschen. Wir gehen solle? Wir gehen hier hin.